Was ist die Aussage für dich zum Studium an der FFH? Ja, absolut. Ich bin eine Mutter, ein alleinstehendes Mami. Ich arbeite 80% und studiere noch. Ich fühle mich jedes Mal, wenn ich bei dieser Werbung durchlaufe, immer das Gefühl, dass sie dort auf dem Lama sind. Gibt es etwas, das du im Studium abschaffen würdest? Mathe. Mathe, okay. Aber ich glaube, es braucht es. Hast du das Lieblingsfach? Alles, was mit Programmieren zu tun hat. Was ist das Beste am Studium? Für mich als Mami ist es das Beste, dass es nur Samstagpräsenz ist und nicht unter der Woche auch noch. Das heisst, unter der Woche kann ich mich mehr oder weniger selber organisieren. Es bringt einen einfach weiter. Auch schon beruflich hat es mich jetzt heute schon weitergebracht. Ich würde es jedem empfehlen. Ich würde es jedem empfehlen.